Tim ist drin. In der Hütte. Na, hör auf rum zu brüllen. Das ist Athene. Kann Carlotta noch kneifen mit ihren Blüdern? Nein, nein. Und wenn es will, dann fällt ja der Atmet ja noch schwerer. Das wird bestimmt spaßig. Schöne Öhrchen hat sie, ja. Tschüss Carlotta. Na ja, das muss jetzt raus. Das muss reichen für ganz lange. Sofort bist du wie anders, ne? Ja, viel Spaß.